Ich erfähre euch die Geschichte von einer, die ihr kennt. Sie liegt in der Glosse auf weißem Tadamon. Sie ist orange und größer als ein kleiner Elefant. Und so das ganz allein macht die Sache interessant. Habt ihr sie erkannt? Wisst ihr, wen ich meine? Lang ist die Nase und kurz sind die Beine. Sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus. Meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. Sie weiß bescheid, die Maus. Die kleine süße Maus, wie kommt der Saft in die Tüte und wie kommt der wieder raus? Warum hat der Käse Mecher und der Käsekuchen nicht? Und warum brennt auch nachts im Kühlschrank das Licht? Wie kommt die Wurst in die Pelle und wo kommt die Pelle her? Und warum mag die kleine Maus den Elefanten so sehr? Die Antwort bekommst du direkt zu dir nach Haus. Mach die Glosse an, denn hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus, hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus, hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Hier, hier kommt die Maus. Hier, hier kommt die Maus. Hey, ihr werdet es nicht glauben, doch ich habe es gesehen, wie die Maus und ihre Freunde sich im Kreis drehen. Captain Blau, der steht am Mikrofon, die Maus bläst, den kann der Elefant. Tüte, mit dem Rüssel wie Eckern. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017